Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. In der letzten Folge haben wir den ersten Boss des DLCs Ava besiegt, haben dann mit Alsana gesprochen, der Dienerin des Königs, bzw. des Ivory Kings, des Weißen Königs, Ivory Kings, ja, irgendwie sowas halt. Und, ähm, ja, der Schneesturm hat aufgehört, das heißt, wir können uns jetzt hier komplett bewegen. Guck mal her, jetzt löchre ich dich noch weiter mit Feilen. Komm, hau rein, spring, danke. Ah, ich bin ein bisschen zu weit nach vorne, aber egal, macht nix, er stirbt trotzdem. Sag ich doch. Das war noch nicht ganz annähernd in Reichweite, meine Liebe. Das üben wir dann nochmal, würde ich sagen. So kommt ihr runter, oder? Wenn ich aufstehen will, wird halt mal mit kaltem Wasser geweckt, ne? Also, kalten, feinen, im Kopf, und so. So, du da hinten willst mich nerven, da hab ich keine Lust drauf. Schick mir den jetzt mal vorbei. So, Backset, nur eins. Und wenn er aufsteht, ist er tot. Sag ich doch. Dann kannst du mir den da mal noch vorbeischicken, bitte? Dauert zwar ein bisschen länger, bis der ankommt, aber wie gesagt, ich muss mich nicht beschießen lassen, während ich mich auf Gegner konzentriere. Da stehe ich grundsätzlich nicht so drauf. So, das ist der nächste Backstep, und der nächste Tote. So. Du. Du, komm mal her, ey. Und tschüss. Jetzt können wir gleich auch, ähm, da fände ich auch noch nicht von hier. War auch zu früh gerollt. So. Als der Kerl da hinten könnte schießen, die ganze Zeit. Deshalb gehe ich jetzt auch mal ein bisschen weg. Ach, komm mal her. Glücklicherweise sind die ganzen Träger gar nicht mal so intelligent. Und die Angriffsmuster, sie machen zwar Schaden und Nerven, aber das war's dann halt auch schon wieder. So. Holen wir uns einmal, erst mal den Typen, danach die Truhen. Und, falls ihr euch erinnert, eins davon war die Mimic. Und, die kümmern wir uns gleich zuerst. Nachdem wir von dieser Frau ausgeglichen sind. So. Ah, ich glaube, das hier war die Mimic, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was sagen denn die Nachrichten? Vorsicht vom Monster und versucht angreifen. Ich glaube, es waren keine zwei Mimics. Ja. Da haben wir die Mimic. Ich finde die Dark Souls 2 Mimics irgendwie nicht so, bei weitem nicht so, äh, furchteinflößend wie die Dark Souls 1 Mimics. Irgendwie sind deren Angriffe relativ lame. So, eine Titanitscholle, das ist gut. Können wir unsere Rüstung später mal mit verbessern. Aber wir brauchen vor allem Titanitbrocken, die bräuchten wir mal. Das wär gut. So, noch ein bisschen Heilung. Es geht ein Leuchtfeuer. Und was haben wir noch? Das letzte. Leuchtkäfer. Das, was total overpowered klingt, was ich trotzdem irgendwie nie einsetze. Ich weiß nicht warum. So, jetzt wollen wir da hinten mal zur Tür. Denn, das ist der Garnisonshof. Dafür haben wir eben den Schlüssel bekommen. So, nicht weil, dass ihr irgendwie Probleme machen würdet. Die nervt euch auch nur. Leben. Hm, ich habe gerade mal gemerkt, wie hart der Lag nach diesem Angriff ist. Halleluja. So, hier haben wir den Garnisonshof-Schlüssel. Und einer ist leichter. Ähm. Ja, ich setz mich mal dran, weil ich weiß, wie bescheiden unsere... ... die ganz beschaffen sind. Unsere... ... unsere Waffenhaltbarkeit. Komm. Hat er mich gerade verwirrt oder hat er gelacht? Klingt irgendwie, soll es heute hier irgendwer lachen. Auf jeden Fall, was ich noch nicht erklärt habe, was ich euch mal erklären kann. Wir können uns hier in den Sarg setzen. Dann würden wir da runterrutschen und in ein weiteres Gebiet kommen. Das möchte ich aber erst später angehen, weil dieses Gebiet ist grauenhaft. Denn, ich sag's mal so, dort unten herrscht der Schneesturm noch. Und das ist nicht das Schlimmste. Außerdem ist der Boss meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen lame. Weil... ... das vom Prinzip her, so viel Spoiler ich euch jetzt einfach mal, zwei Avas sind. Also, der erste Boss nur in doppelt und einer davon ist halt, frei nach dem Motto, ein weißer Tiger mit schwarzen Streifen und ein schwarzer Tiger mit weißen Streifen. So nach dem Motto. Der eine macht, glaube ich, äh, die haben leicht veränderte Angusmuster, aber nichts, was sich jetzt groß lohnt zu unterscheiden. So, und da sehen wir jetzt die beiden Typen, die unsichtbar waren ursprünglich. Prismasteine, weil wir die brauchen. Du mit deinem Großschwert, ne? Passt hier definitiv nicht hin. Ja, da können wir die Ambrus nicht irgendwie bewegen, um damit zu zielen, das ist ein bisschen schade. Sonst könnten wir irgendwie die andere Ambrus da mal zerstören. Denn da steht ein weiterer Typ hinter. Na, komm mal von der Ambrus weg, ich hau irgendwie die ganze Zeit die Ambrus zur Balliste, Entschuldigung. So. Große Seele, Goldfrucht, Balsam, nehmen wir beides. Äh, fies ist halt hier, äh, der Kerl rührt sich erstmal nicht und wenn man hier die Items einsammelt, dann schießt die Balliste halt auf einen. Ist jetzt ein bisschen frech. Aber, was will man machen. So, jetzt können wir den Pharrerstein hier einsetzen. Und hier uns einmal eine kleine Belohnung gönnen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, was hier drin ist. Durugos Hut. Ist der irgendwas Besonderes? Wo haben wir ihn denn? Ach, Durugos Hut. Ein beim Bläu gegen Durugo beliebter Monokelhut. Vergrößert die Reichweite von Pfeilen. Uh, das ist cool. Der Hild Durugo, ein herausragender Bogenschütze, verteidigte seine Heimat mit seinem Schwager gegen Eindringlinge. Lana 4 ist Politik der Abgeschehenheits- und Trotze, war Durugo auch außerhalb des Reiches bekannt. Ja, cooler Effekt. Äh, ansonsten brauchen wir es nicht. So. Wir können uns jetzt da hinten mal die Truhe gönnen. Und bevor wir dann den Weg weitergehen, den wir schon kennen, machen wir diesmal einen kleinen Abstecher. In ein Gebiet, was wir noch nicht kennen. So, aber erstmal Elisabeth-Pilze. Lebensregulation, noch mehr. Ja, das passiert, wenn wir ihn von hinten erwischen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass die mich nicht von hinten erwischt hat. Oder es kann sein, weil sie mich mit diesem Stoßangriff erwischt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, auf jeden Fall können wir jetzt nämlich einmal hier hin. Du machst Schaden, Junge. Geh weg. So. Und zwar kommen wir jetzt hier lang. Und sind damit, ja, einem Part angelangt, wo wir ziemlich viel beschossen werden. Priesterglocke plus 8, falls man mal ein bisschen, äh, wunderswirken möchte. So, du weg. Und die anderen beiden auch, oder? Nö, scheinbar nicht. Dann halt. Die gute, alte Fernkampfmethode. So. Ich wollte gerade sagen, der ist tot. Ähm, ja, hier hinten. Sehen wir schon, da waren wir ursprünglich. Und der geht ziemlich tief runter. Den Fall überlebt man von hier aus nicht. Auch mit Katzenringen und allem. So, wenn er mich nicht trifft, aber ich ihn treffe, finde ich, klingt das nach einem fairen Plan. Jetzt treffe ich ihn aber auch nicht mehr. So. Du stehst hier drumrum. Äh. Scheiß Wand. Jedes Mal. Ja. Einer der großen Probleme seit jeher von Schwertern in Überhall, wenn man ausholen will, man trifft Wände. So. Einmal durch. Dankeschön. So. Wir können hier noch nach oben. Und bekommen hier effektiv den Shortcut geöffnet. Und nochmal Elisabeth-Pilze. Weil man kann nicht genug Heilung haben. Okay, du springst einem hinterher. Kann man jetzt vonhalten, was man möchte. Komm mal da weg. So. Das wollten wir doch. So. Und dann können wir hier mal die Leiter runter. Da hinten ist noch eine Leiter. Wie gesagt, wir haben es tierisch halt bis zum Boden. Bei dem Kern muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man zu viel draufhaut, fällt man selber mit runter. Nicht cool. Das zu vermeiden. Auch wenn man immer noch nicht ganz unten ankommt. Äh. Ich weiß gerade gar nicht, ob uns die Leiter hier nach ganz unten bringen. Ich glaube nämlich nicht. Ne? Nein. Hier haben wir jemanden, der nett auf uns wartet. Schönes Begrüßungskomitee. Können wir aber auch drauf verzichten. Du bist gefeuert, mein Freund. So. Dann ist da vorne nochmal ein Typ. Und da ist die letzte Leiter. Ja. Ja. Ich schlage halt einmal komplett um dich rum. Geht doch einfacher. So. Blu weg. Sonst noch irgendwer hier. Nö. Ring der Resistenzen plus eins. Ja, der ist ganz praktisch. Erhöht halt sämtliche Resistenzen. Also. Gegen, Blutung, Gift und so weiter und so fort. Nicht so gut wie die einzelnen Ringe für das spezielle Element, aber dafür halt auf einmal. Und hier unten. Ja, die Hunde haben wir schon vorher gesehen. Von oben. Äh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Mimik. Gut. Wäre nämlich ziemlich fies hier geworden. Verwälktes Dämmerungskraut. Brauchen wir nicht. So. Mal schön den Lebensstein snacken. Kleinen Tick-Tack einschmeißen auf gut Deutsch. Ich habe zwar in keinster Weise gesehen, wie dieser Hund mich angegriffen hat. Aber gut. Und hier kommen wir jetzt einerseits zu einem Aufzug, den wir mal hochfahren können. Andererseits wird uns da unten gleich ein NPC inwäden. Deshalb einmal schnell Reparaturpulver geschluckt. So. Hier sind wir jetzt unter dem Auge der Priesterin, wo wir das gefunden haben. Aber wir wollen wieder runter. Denn. Ähm. Wenn wir den NPC besiegt haben und dann noch den anderen Mob, der da hinten steht. Ähm. Kommen wir schon zum ersten Ritter. Und da haben wir die verstoßene Hexe Donner. Die nicht zielen kann, gefühlt. Jetzt kommt das Ding von hinten, bam, ins Gesicht. Ich will dich ein bisschen weiter weg haben, Fräulein. Ah. Verdammt. Oh. Der war größer. Na, die versucht halt immer weiter auszuweichen. Das ist halt ein bisschen nervig. Oh. Da bin ich zu spät gerollt. Komm weg. Okay. So. 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 So, und mit einem Backstep schön beendet. So, damit hätten wir den Finstergeist auch zerlegt. Und jetzt müssen wir den da noch killen. So. Einmal gegen den Rücken. Und auf Wiedersehen. Oh, cool, die Lanze von denen. So, und damit haben wir den ersten Eleum Lois Ritter von drei befreit. Hm, was? Hm, okay. Bis später. Ja, ein Ritter aus Eleum Lois sucht das Chaos. Und das ist gut so. Denn, äh, ja. Sonst wird das hier etwas länger dauern. So, dann gehen wir wieder hoch. Allerdings werden wir jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen müssen. Auf zwei, auf drei, auf vier. Denn, ähm, zwischen dem Punkt, wo wir den ursprünglichen Pfad verlassen haben, und hier diesem Punkt liegt ja noch ein bisschen was. Und das wollen wir uns noch holen. So. Ach nee, verdammt. Äh, da muss ich doch den Weg unten lang wieder zurückgehen. Verdammt. Das ist jetzt natürlich uncool. Das könnte doch ein bisschen dauern. Vor allem, weil es nur Lauferei ist, weil alle Gegner tot sind. Nicht so cool. So. Dann laufen wir halt. Glücklicherweise können wir zumindest ein bisschen watspringen mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob es was bringen würde, unsere Kondition noch weiter hoch zu ziehen. Ob das viel mehr Ausdauer dazu gibt. Ich glaube nämlich nicht. So, da hinten die Truhe hatten wir auch geholt. Dann einmal Leiter hoch kraxeln. Auf Ausdauer warten. Und Leiter kraxeln gehen. Nicht runterfallen. Das will man hier nicht. Und dann ähm die dritte Leiter. Weil man kann nie genug Leitern haben, ne? Kennt man ja. Dann können wir jetzt wieder durchlaufen. Ähm hm hm kam von da. Also wollen wir hier auch wieder hin. So. Ähm mich wundert eigentlich dass der Verlast uns noch nicht wieder invasiert hat. Hm. Oh. Das war nicht nett. Ich war gerade beschäftigt. Oh. Die Typen drehen sich aber oft. Das ist echt merkwürdig bei denen. Einmal einen Schluck trinken. so. Dann. Ähm. Ne. Ich hätte mir das doch schenken können. Hätte irgendwie im Kopf, dass hier noch ein bisschen mehr ist. Weil ja jetzt theoretisch hätten wir halt die Leiter erst mit dem Auge der Priesterin gesehen. Müssten das demnach noch holen. Aber da oben war es eingefroren. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube meine aber nicht. Ich meine es war nichts eingefroren. Können wir aber ja von oben sehen. Die Truhe hier oben haben wir auf jeden Fall geöffnet. Das weiß ich. Hier sind ein oder zwei Gegner noch. Einer. Okay. So. Du fällst runter. Hier fallen wir nicht hinterher. Sondern gucken einfach nur. Nö. Nichts eingefroren. Also. Gehen wir wieder. Dann nach unten. Jetzt kommt die Müllabfuhr oder was. Meine Güte. Nie kann man hier mal in Ruhe ungestört aufnehmen. Immer muss irgendwas sein. So. Ah dann habe ich jetzt leider gerade irgendwie 5 Minuten vollkommen verschwendet. Plumps. Das war jetzt nicht so gut. Aber gut. Passiert. Ähm. Die müssen jetzt laufen. Laufen, 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 laufen. Und lustigerweise spawnen diese unsichtbar, die ursprünglich unsichtbaren Typen auch nicht mehr. Das heißt, wenn man es sogar schafft, sie zu töten, während sie unsichtbar sind und Respekt, dann wird man dafür belohnt. Ansonsten. Wenn man es auch wieder Priesterin hat, dann machen die erst recht nicht mehr. So, und hier sind wir jetzt an dem Leuchtfall, wo ich dachte, dass wir, äh, wo wir drin vorbeigelaufen sind. Dachte ich. Wie gesagt. So. 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 Möchtest du da oben nicht mal runterkommen? Dankeschön. So, das ganze Gestampfe und Gegrunze hier im Hintergrund geht mir ein bisschen um den Keks. Aber jetzt wird's, äh, ein bisschen lustiger. Nämlich, äh, da haben wir wieder mal so ein paar Golems. Und diese Golems, ähm, ja, kann man auch wieder, wiederbeleben. Wenn nicht mal irgendeiner von euch rankommen oder so, das wär voll nett. Dankeschön. Das ist nett. Na, schon wieder ein Eisflord. Weil, äh, man braucht drei davon. Ich mein, zwei ist schon fast sinnlos, weil, ich weiß nicht. Also, wenn's eine Waffe gibt, die in, äh, die, ja, in Dual-Wield keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, dann sind das Stoßschwerter. So, und da haben wir den ersten Golem erweckt. Das wollte ich eigentlich sogar noch nicht. Aber gut. Kann man jetzt nix mehr dran ändern. Äh, die kann man übrigens auch töten, äh, bevor sie, äh, zum Leben erwecken. Einfachen. Und, ich habe gerade gemerkt, man kann sie nicht vergiffen. Okay. Merken wir jetzt das. Die Typen macht Schaden. Die Typen macht Schaden. Der ist tot. Der ist tot. So. Und du noch. Die wissen ja, dass da vorne einer Mimic bei ist. Deshalb gucken wir mal kurz. ich mach den schonmal mit so viel Schaden, dass wir ihn fast direkt töten können und trigger dann erstmal die Mimic denn wir können ja auch die Mimic dazu benutzen den Kerl zum Leben zu erwecken sowas hast du denn für uns gehabt Symbol der Hauptgier, oh nett und tschüss so, und die letzte Truhe fossiler Drachenknochen und glitzernes Titanit nett, aber braucht man nicht so dann ja, Hans vielleicht schon sowas dürfen wir gleich noch ein paar mal öfter machen nämlich haben wir hier noch ein paar Golems und zwischen diesen Golems steht eine Truhe das waren die Zaubern viel zu schnell oh, ey, das war jetzt fies das Problem hatten wir doch beim letzten Mal schon und wenn die einen im Stunlock halten ist das echt nicht nett wow wollt ihr nicht mal Akku verlieren oder so? oder ist euch da zu langweilig? diese Reichweite von den Typen ist echt ekelhaft scheinbar scheint der andere nicht mitkommen zu wollen das ist gut den Tod du hast nichts fallen gelassen ne, gut dann Nummer 2 ist wieder abgehauen gefühlt genau wie beim letzten Mal diesmal steht er da ein bisschen dumm rum schwere ich mich nicht drüber so, jetzt müssen wir mal gucken wie das bei den Golems ist ob da noch mehr Gegner sind nö und haben nur die trifft da durch das war nicht nett da kommt mal was her ich hab das Gefühl, dass du zu weit weg bist weck mich halt notfalls können wir glaube ich auch Gegner hier hinpullen so, lebt noch gut denn jetzt können wir auch hier lang und da hinten sind noch ein paar mehr Gegner und ja, da sind auch so ein paar Golems bei die stehen natürlich auch entsprechend so dass sie die Golems triggern wenn sie sterben seht ihr na, kommst du her oder ich schieß so lang noch ein bisschen hier guck guck willst du noch mit mir kommen na, komm ja, noch ein Schritt genau dann bist du schon mal raus so, jetzt hier lang so, jetzt hier lang so, jetzt hier lang na, komm hier ich wollte gerade sagen der hat jetzt hier nicht eine unsichtbare Wand für sich selber, oder oh, ist dann zu vergessen na komm, noch ein paar Schritte nach vorne so meine ich das nicht, aber so, Kettenreaktion jetzt kann man ja nicht den töten ups schon den anderen getötet Menschenbild ja noch ein Menschenbild und Truhe aufmachen so geschwungenes Neil Großschwert das war ziemlich stark, glaube ich ähm können wir mal kurz mal nachgucken das ist das hier ja, das ist ein krummes Großschwert und naja das sieht cool aus aber wir merken schon wir können es nicht führen zumindest nicht effektiv ähm ich will ja nichts sagen Kumpel, aber ich brauche dich hier hinten denn wir wollen ja auch noch den letzten riesen hier wieder belegen, ne schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten weil an sich sind die riesen ziemlich nervig, wie ich finde oder golems oh so 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 da fahre ich an in Gefahr das war leider nur eine Frage der Zeit so und hier haben wir schon den zweiten Eleum-Leus-Ritter und bevor wir hinter ihm weitergehen na komm, sprach auf du wirst gebraucht dein Königreich braucht dich wollen wir uns nachher hinten das Item holen damit haben wir zwei von drei der Ritter schon mal gefunden der letzte, der ist ein bisschen fieser versteckt, bzw. was heißt versteckt der ist halt nicht so leicht zu erreichen aber kommen wir auch noch hin so die Frage ist wir kommen hier hier kommen wir raus beim Boss ok dann würde ich sagen beim nächsten Mal gehen wir vom letzten Leuchtfeuer aus zurück wir haben ja noch einen Weg den wir nicht gegangen sind wobei da ist es sinnvoller vom ersten Leuchtfeuer aus egal das machen wir dann in der nächsten Folge ich reise nochmal nach Majula in der nächsten Folge sprechen nächstes Wochenende werden wir erst einmal Seelen ausgeben und dann schon mal ein Großteil des DLCs weitermachen bis dahin hoffe ich dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder zu XCOM 2 und Mass Effect 3 falls euch das interessiert und ansonsten nächstes Wochenende geht es weiter mit Dark Souls 2 Skull of the First Sin bis dahin Ciao Freunde